Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianium, in dem es heute um die Frage vom Ansgar aus Neu-Ulm in meinem Heimatregierungsbezirk Schwaben geht. Der Ansgar, der hat mitbekommen, dass wir Freien Wähler am Montagabend ganz intensiv gefordert haben, jetzt die Maskenpflicht an Bayern Schulen als nächste Maßnahme auf unserem Rückweg in die Normalität zurückzunehmen und hat dann aber vernommen, dass am Dienstag im Kabinett das leider so noch nicht beschlossen worden ist. Deshalb stellt mir der Ansgar jetzt eine für mich sehr nachvollziehbare dreistufige Frage. Erstens will er wissen, wo wir Freien Wähler denn nun in dieser Frage stehen. Zum anderen fragt er sich, ich lese das mal vor, ihr stellt doch den Kultusminister, ihr seid doch in der Staatsregierung, warum wird das denn jetzt trotzdem nicht? Und drittens und letztens will der Ansgar dann von mir wissen, wie es denn jetzt weitergeht mit den Masken an Bayern Schulen. Ja, lieber Ansgar, ich will es vielleicht so dreistufig abarbeiten. Zunächst zur Frage, wo stehen wir Freien Wähler im Hinblick auf die Maskenpflicht an Bayern Schulen? Und da kann ich ganz klar und deutlich sein, wir Freien Wähler sind als Teil der Bayerischen Staatsregierung fest überzeugt davon, dass die Masken eine Art Anachronismus sind auf unserem Rückweg zurück in die Normalität. Wir sind ja jetzt da, Omikron zum Glück, bedeutend weniger schwere Verläufe zeitig, da ist die frühere Mutanten von Corona in der Lage, wieder sukzessive uns zurück zu bewegen, Richtung Normalität Maßnahmen aufzuheben und wieder mehr Freiheiten zu gewähren. Und jetzt geht es um die Frage der Schwerpunktsetzung, ja, wenn du so willst, Ansgar, um die Frage der Reihenfolge. Was wird, vereinfacht formuliert, zuerst gelockert? Und wir Freien Wähler sind überzeugt, dass nach den Erfahrungen dieser zwei Corona-Jahre das Primat jetzt auf den Kindern, auf den Jugendlichen, das Primat jetzt auf der Bildung liegen sollte. Wir finden, es ist viel zu oft in der jüngeren Vergangenheit, die Freiheit der von Corona viel gefährdeteren Erwachsenen ausgetragen worden, auf dem Rücken unserer Kinder, die zum Glück von Corona ja bedeutend weniger zu befürchten hatten, kaum schwere Verläufe aufgewiesen haben. Und deshalb meinen wir, dass es falsch ist, wie es im Moment ist, dass jetzt nämlich die Erwachsenen wieder in die Diskotheken dürfen, dass sie wieder zu Zehntausenden in die Fußballstadien dürfen. Aber unsere Kinder, die ohnehin dreimal die Woche in den Schulen getestet werden, noch immer am Platz mit den Masken lernen müssen. Besonders absurd wird das Ansgar natürlich dadurch, dass die gleichen Kinder sich am Nachmittag dann mit ihrem Banknachbarn ohne Masken treffen können und treffen dürfen, um am nächsten Tag in der Schule beim Lernen dann wieder mit der Maske neben den Banknachbarn zu sitzen. Das halten wir Freien Wähler für falsch und deshalb wollten wir das diese Woche auch wild entschlossen ändern. Das führt mich, Ansgar, zum zweiten Teil deiner Frage, warum ist es trotzdem nicht so gekommen? Denn in der Tat war es so, wir saßen am Montagabend zusammen im erweiterten Fraktionsvorstand der Freien Wähler, unsere Kabinettsmitglieder, Minister, Staatssekretäre, der Fraktionsvorstand, der Fraktionschef, ich als parlamentarischer Geschäftsführer, die Generalsekretärin und haben uns nach Beratung mit unserem bildungspolitischen Sprecher Tobias Gotthard und dem Johann Häusler, der vor uns in dem Bildungsausschuss sitzt, darauf festgelegt zu sagen, ja, wir wollen das jetzt, der nächste Schritt muss sein, mindestens mal an den Grundschulen in einem ersten Schritt und danach nachgelagert in allen anderen Schularten die Masken fallen zu lassen, sind dann mit diesem Vorschlag in die Kabinettssitzung am Dienstag des nächsten Tages gegangen. Wir haben aber, Ansgar, auch das ist ein Teil der Wahrheit, im Kabinett dafür in der Abstimmung mit unseren Partnern von der CSU leider keine Mehrheit gefunden und konnten das deshalb als einer von zwei Koalitionspartnern nicht bewegen. Warum ist das so? Es ist deshalb so, weil die derzeit geltende Verordnung, die die Masken an den Schulen vorsieht, noch gilt bis zum 19. März. Das heißt, wenn man daran etwas ändern will, dann wäre Einstimmigkeit unter beiden Koalitionspartnern erforderlich. Denn wenn einer der beiden Koalitionspartner dagegen stimmt, etwas zu ändern, dann wird nichts geändert. So ist das im Fraktionsvertrag, der die Zusammenarbeit zwischen CSU und Freien Wählern regelt und normiert, festgelegt. Heißt, im Unkehrschluss, nachdem unsere Partner von der CSU der Meinung waren, die Masken in den Schulen müssen vorerst noch bleiben, konnten wir die bestandskräftige Verordnung bis zum 19. März noch gültig leider im Alleingang als Freier Wähler nicht verändern. Dafür hätte es Einstimmigkeit bedürft. Und deshalb ist es jetzt so, wie es ist. Es gibt noch weiter die Masken beim Lernen am Platz in der Schule. Aber man kann schon sagen, dass Eltern, Lehrer, Schüler jetzt wissen müssen, woran das liegt. Das war der Wunsch der CSU. Wir Freien Wähler hätten es gerne anders gemacht, aber können es aus diesem Rechtsgrund, weil die Verordnung noch bis zum 19. gilt und eine Änderung Einstimmigkeit erfordert hätte, für den Moment leider noch nicht ändern. Wie geht es jetzt weiter, Ansgar? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Masken spätestens dann zum 19. März fallen werden. Entweder deshalb, weil der Bundesgesetzgeber den Ländern dann die Rechtsgrundlage für die Maskenpflicht an den Schulen entzieht. Es ist ja angekündigt, auf der Bundesebene da einige Änderungen vorzunehmen im Hinblick auf die Corona-Politik. Oder aber, weil wir Bayern dann ja eine neue Verordnung beschließen müssten. Und dann wäre es sozusagen genau andersrum. Dann müssten wir Freien Wähler zustimmen, dass die Masken da wieder drinstehen. Und das werden wir nicht tun, denn wir Freien Wähler sind davon überzeugt, es ist jetzt an der Zeit, die Masken an den Schulen zurückzunehmen. Denn da geht es um Bildung, da geht es um Kinder und Jugendliche. Und das ist nun einmal wichtiger als Diskotheken, wichtiger als Stadienbesuche und all die Dinge, die jetzt schon wieder erlaubt sind. Deshalb finden wir, wir sind da gerade so ein bisschen in der falschen Reihenfolge unterwegs. Und wir wollen das so schnell wie möglich ändern. So viel, lieber Ansgar, zu deiner Frage. Und wenn ihr hier eine Frage habt, dann macht es wie immer, postet sie. Entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, frag Fabian.